Wir hatten heute unser erstes offizielles Nähtreffen vom Verein Gemeinsam für Sternenkinder in Frühchen in Franken e.V. Wir haben heute eingeladen, um uns zuzuschauen bei der Arbeit, wie wir arbeiten, mit was wir arbeiten, einfach informieren, wohin gehen unsere Pakete, wer kann uns unterstützen, mit was kann man uns unterstützen. Wir hatten heute sehr viel Zulauf, wir sind sehr zufrieden und wir haben festgestellt, dass einfach unser Verein zu unbekannt ist im Landkreis, auch über den Landkreis drüber raus. Darum haben wir gesagt, wir gehen jetzt in die Offensive und machen mehr Werbung für unseren Verein, machen auch Werbung allgemein für das Thema Sternenkinder und Frühchen, weil zu wenig Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird dafür. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das Großtes Mal und laden die Leute ein und sind sehr zufrieden mit der Resonanz und freuen uns, weil wir auch welche gefunden haben, die wo bei uns mit einsteigen wollen in den Verein, wo uns unterstützen wollen und mitnähen möchten auch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020